Die Sterne der Zukunft funkeln heute in Hamburg bei Fight Forever! Tag Team Action! Deutschland gegen Japan! Schreier springt, hoch abgefangen! Musso und der Sieg! Europe's biggest wrestling festival is on the horizon. And here in Hamburg, we will find out who is on the fast track to 16 karat gold. Plants him! And he cinches his spot at 16 karat gold! Wait a minute! Youngblood! Hey Hamburg, Robert! Ihr wollt hier 3 gegen 1 machen? Nicht mit uns! Nicht in Hamburg! Nicht mit Youngblood! Du willst heute 3 gegen 3 gehen? Richtig gute Idee! Der eine, der kann eh schon nicht mehr. Was denkst du denn? Glaubst du, ich hab nur einen Kumpel hier in Hamburg? Ich hab noch mehrere Freunde! Und heute Manny Dein Lütte ist 3 gegen 3 heißen, mein Freund! A new international challenge awaits our new shotgun champion! Victory over gravity and victory over Leighton Buzzard! Two teams that thrive in chaos! Let's see what happens when that chaos is contained! Wait, wait, wait! A low blow in the ring! Two low blows in the ring! Cover! Wait, double cover! Wait, double count! Wait! It looks like it's been ruled as a stalemate as a draw because both referees have completely differing accounts here. Strap in because this qualification match is gonna be explosive! Caught! Caught! And twisted! And crashed! And the Vecchio is in 60 karat gold! Caught! And the Vecchio is in 60 karat gold! To retain their World Tag Team Championships! And his sights set at 16 karat gold! The big question mark in the room is who will Eglablau's opponent be? The evil eye has its gaze set upon Eglablau! And now this new maneuver, this new move to Desert Eagle! Despite not knowing who his opponent was going to be, this will be a statement victory for Blah going into 16 karat gold! Reclaim, reshape, and rebuild wards that have been used to forge a path of dominance through Europe. But will those words hold in this main event? The boot by Juna! The Michinoku driver by Oscar! Youngblood! Make a hell of a statement! Hamburg, Markthalle, Dead End! Was war das mal wieder für ein Event, die... Stop! Dennis, Dennis, komm! Dennis, ich wollte schon den ganzen Abend mit dir quatschen! Nee, Dennis, wirklich jetzt nicht! Ich muss gehen, Hector hat Hunger! Wir haben den Tisch reserviert! Ich muss gehen! Ja, I get it! Es dauert eine Minute! Ich möchte doch nur dein Championship-Match heute... Dennis! Hast du nicht! Ich hab doch jetzt keine Zeit für sowas! Hector will doch einfach... Es ist ein bisschen traurig, dass du ja alleine unterwegs bist, weil du und dein Partner schulden uns eine Chance auf den Titel hier, weil wir heute Number One Contender geworden sind! Wir haben's verdient! Dennis, Dennis, Dennis! Lass dir von denen nichts einreden! Du weißt, wie es war! Guck mal! Unsere Stadt Hamburg! Wir laden dich und Hector gleich ein! Danach gehen wir noch trainieren! Ich zeig mal Hector und Patricks! Weißt du? Für Bizeps! Könnt ihr euch vorstellen, wie sauer Hector wäre, wenn ich... Lass uns! Dann 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 lass uns! Du weißt! Wir laden dich zum Essen ein! Hey! Könnt ihr bitte einmal ruhig sein? Okay! Geht mir nicht auf den Sack! Wir machen einen Three-Way-Dance! Okay? Für die Titel! Ihr! Ihr! Alle zusammen! Catchen! Let's Fats! Ich will nur essen gehen! Denn bitte! Denn... Du kannst doch jetzt nicht... Ich warte! Du kannst doch einfach nicht jetzt was ansetzen ohne... Los! Was soll die Scheiße?! Ich will doch einfach nur mit Hector was essen gehen in Ruhe! Fuck! Mann! Fuck off! Ich führe so ne Kacke! Ein drittes internationales Challenge für die Rotation! Für die BXW-Shotgun-Championship hier bei Fight Forever! Bringt ihn runter! Auf dem Nacken! Damit sichert Rotation seine Gegentor weiter! The Son of Nothing could be one of the men that will be stepping up for 16 karat gold! And wait, 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 wait! Lavaniel! He's just blindsided Maggot! Maggot! Oh! Catches him! The Cutter! The Cutter! And with that, Lavaniel's dreams of the next round are sliced! Reclaim, reshape, and rebuild! Question is, how far will that mantra take Icarus tonight on his path towards 16 karat gold? He's rolling Nakashime run! He's got it! The heart of Europe! The heart of Europe! Icarus thinks he's done enough damage to the neck! Has he? Yes, he has! And if Icarus can do the same thing again, we might just see two members of Ambos in 16 karat gold! Alex Duke might just carve a path for himself to 16 karat gold tonight, but to do that he has to get past this man! The parting gift puts him away! Bloom in the finals of Block B! And it looks like the second match in Block B involves Norman Harris! Oh, goody! And whilst very few people can say they're happy to see Norman Harris, this is a man that in a very short period of time has built an incredible connection with our WXW fans! Musso! Planting Norman Harris! Yoichi! Moving on! To the final! And moving away from the tournaments, we get a tag team match that just might be pure dynamite! The powerbomb for Defecchio! And with that, it's elementary the victory for Blanc and Defecchio! And she has also earned today's 16 karat gold tournament and wrote history as the first woman who wins this tournament! One person who may well capture this spot in 16 karat gold is this former two-time WXW Women's World Champion! Stephanie Mays is Baby Allison's opponent in this match! The Skyfall Kick! Connecting! The lights are out for Allison! And for Mays, the lights are golden! For the second time, we have to look at Fovec! This time, however, accompanying two other clients and their tag team partner, this wrecking ball of a human being, the Unified World Wrestling Champion! And the World Tag Team Champions are an equally odd pairing! Their tag team partner, a man equally, on the search for his own championship! Wait a minute, I know this! We've seen this before! Shades of Team Wrestling Academy! And this reluctant alliance has paid dividends! And the dividends are victory here in Bielefeld! Both men have been to war tonight already! Will it be the discipline of Icarus or the scrappiness of Maggot that moves to 16 karat gold? That's Levaniel! What is Levaniel doing out here? You were already knocked that way! Rotation! Maggot never saw Levaniel! Tights! Hands on the tights! And Icarus steals it! Moonsault! Rotation! And the situation in Bielefeld has come completely unhinged! A rematch eagerly anticipated! But this time, for all the marbles! Bloom now! Finally! He gets the parted gift! And with that, Bloom is in 16 karat gold! Oh, I've managed it! Oh, Bielefeld! 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 What was that again? Again here! Again here! Again Main Event! Bielefeld! I'm going to go! I'm going to go through this game! I'm the one! The one! The one! The one! The one! The one! The two! The one! The other! Und dieses Jahr darf ich Teil davon sein. Der nächste Traum, der in Erfüllung geht, was eine Ehre. Sixteen Carat, ich freue mich drauf. Disziplin, Determination, Sacrifices, Sweat, Blut, Tears. Wenn du von nichts startest, macht es dich wütend. Ich bin Pord of Reakenform und ich weiß, was ich will. Ich will win. Ich will 16 Karat Gold. Hey, guess was? Ich bin bereit für 16 Karat Gold. 2 neue Matches hier. 2 neue Victory. Und 1 gegen ein Mann, der der ganze Tournament. Ich bin 100% bereit für ihn. Und ich werde 16 Karat Gold gewinnen. Ey, was für ein krasses Wochenende. Gestern mit Udo hat es leider nicht für die Tag Team-Titel gereicht. Aber heute habe ich mich für 16 Karat qualifiziert. Das ist die größte Chance und die größte Herausforderung meiner Karriere. Ich komme dahin. Ich mache mit, um zu gewinnen. Ich hole mir dieses Ding. Whatever it takes. In Hamburg, Laurence Roman qualifte für das 16 Karat Tournament. Wie ich gegründet habe, habe ich auch für 16 Karat gewonnen. So sieht es aus. Amboss ist im Anmarsch auf 16 Karat Gold. Siege Hero Iria, ich habe dir bereits gezeigt. Wenn du nicht hinterrücks, auftauchst und deine Spielchen spielst, dann hast du keine Chance gegen mich. Bei 16 Karat Gold werde ich dich vernichten. 16 Karat Gold. Amboss regiert. Reclaim! Reshape! Rebuild! Oh, das wäre so cool gewesen. Das wäre so cool gewesen. Einfach 16 Karat Gold. So eine riesige Chance. Hey. Aber vielleicht bin ich einfach ein Schiff genug. Stopp. Nein, nein, nein. So wollen wir gar nicht anfangen, du bist emotionalisiert. So brauchst du gar nicht vor der Presse sprechen. Wir werden dich zusammen in ganz neue Sphäre bekommen. Und ich habe den perfekten Körner. Lass mich das stricken und dann kriegen wir das gemeinsam hin. Was war das denn? Manche Kollegen haben einfach Promotion nicht unter Kontrolle. Levaniel, Maggot und Icarus hatten einen fairen Wettkampf, bis du auf einmal aufgetaucht war. Es war das 16 Karat Gold Qualifier. Und du wolltest Maggot attackieren. Attackieren. Es wird Zeit, dass dich jemand zurück auf den Boden der Tatsachen holt. 16 Karat Gold. Checkst du das nicht? Ich bin nicht dabei. Das ist nicht so schlimm. Nächstes Jahr. Chancen kommen. Nächstes Jahr. Davon kann ich mir nichts kaufen, Mann. Ich habe das Ding im Sack gehabt und dann dreh ich mich um. Ich sehe dein Gesicht. Ne. Levaniel war auf dem April. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich habe dich gesehen, Digga. Dich. Du trägst genauso viel Verantwortung wie er. Und was mache ich jetzt? Sei dankbar, dass ich da war. Livan hätte dich attackiert und du wärst am Boden. Okay. Danke. Danke, dass ich bei 16 Karat nicht dabei bin. Danke, Rotation. Was mache ich jetzt? Ja. Shit. Zum zweiten Jahr in Folge werde ich um meinen 16 Karat Goldspot gebracht. Zum zweiten Mal in Folge. Lawrence Warwick. Aber trotzdem kriegst du mich nicht vom Karat weg, wenn ich stehe bei Europas größtem Festival im Ambition Superfight gegen Fast High Mudo. Und Mudo, du hast das ja umgetaucht in Kampfsportler, Kampfsportler gegen Wrestler. Ganz richtig. Ich bin ein Pro Wrestler. Und ich beweise dir, dass mein Pro Wrestling Vol. 1 ist. Herzlichen Glückwunsch. Was wollt ihr jetzt hören? Ein Charakter, der zwei hat verloren. Habt ihr mal gesehen, was da draußen abgeht? Ich habe einen Schnurrbart, Mann. Ich habe auch einen Schnurrbart. Das ist einfach mitgegeben. Das sind methodische Schwachstellen. Ich meine, schau dir das mal an. Ich musste gegen einen verdammten Sumo-Catcher antreten. Das passt alles nicht. Was wollt ihr mit beiden Pfirsich eigentlich hier? Unter damit? Komm. Lass mich aber quatschen. Ich meine, es gibt viele Dinge im Leben. Pass mal auf. Ich wollte Levaniel den Singles-Kampf anrufen. Shotgun Championship. Sixteen Karat Gold. Weißt du was? Mir egal. Three-Way-Dance. Du bist dabei um den Titel. Sixteen Karat Gold. Was sagst du? Okay. Ich soll jetzt noch dankbar sein dafür, dass ich meinen Titelshot wechsel habe. Von dem Titel, wo ich Longest Reining Champion war. Natürlich. Hat nicht jeder die Business-Expertise eines Robin Christopher Vorwerks. Aber Dennis Cash-Dulnick hat mal wieder bewiesen, dass er der größte Vollidiot in der ganzen WXW ist. Er hat uns eingeladen in das Triple Thread Elimination Tag Team Match bei Sixteen Karat Gold. Wo wir somit nicht nur die WXW World Tag Team Champions werden. Joseph Fedeck Jr. wird zusätzlich das Sixteen Karat Gold Tournament gewinnen. Und auf der größtmöglichen Bühne werde ich die größtmögliche Verhandlung für High Performer Limited ins Ziel bringen, da wir viel sehr gespannt haben. Schande! Schande! Nikita sitzt da hinten, lässt sich behandeln. Wir hatten zwei Referees. Zwei! Und trotzdem kein sauberes Ende. Aber Sixteen Karat Gold steht vor der Tür. Das beste Team sichert sich die Titel. Hallo! Alles gut bei dir? Ja? Bist du dir sicher? Ja. Kumpel, wir müssen mal ein paar Wörtchen wechseln, ok? Hör mir mal zu. Haben wir gesehen? Hör mir mal zu. Schau mal, ich habe das Gefühl, dass du in letzter Zeit irgendwie deinen eigenen Weg eingeschlagen hast. So. Hier ist irgendwie die Connection verloren gegangen. Boah. Das war schön. Schau mal. Angefangen bei Back to the Roots. So. Aus einem klassischen 3 gegen 3 machst du einfach einen Street Fight. Naja, aber das war wegen Amboss. Andi? Lass mal Amboss aus dem Spiel. Wer hat das Ganze abbekommen? Hast du meinen Rücken gesehen? Hey, ich habe ausgesehen, als hätte mich ein Tiger angegriffen, ok? So. Das ging nur aus deinem Kopf heraus. Du hast nicht drüber nachgedacht, ob mit mir irgendwas ist dann. So. Das gleiche mit Steffi und Moodle. Du gibst einfach Titelchancen her, als wäre es irgendwie im Freiverkauf. Ja, aber das war Steffi und Moodle. Ist egal. Du triffst deine Entscheidung allein. So. Du willst, dass das Team hier funktioniert. Jetzt bei Karate dasselbe Spiel. Du gibst Leuten die Titelchancen, die gar nicht dafür irgendwie in Frage kommen. Ich gib doch einfach Leuten das, was sie wollen. Das geht nicht. So. Entweder das hier funktioniert. Wir gehen den selben Weg. Machen wir doch. Wenn du es so weitermachst, glaub mir. Wir verlieren die Belze. Ich werde verletzt oder sonst was. Oder das ganze Ding splittet. Mach dir mal Gedanken drüber, dass du wieder auf derselben Bahn schwimmst wie ich. Dass wir das zusammen angehen. An einem Strang ziehen. Rücken an Rücken kämpfen. Okay? Mach dir mal Gedanken drüber. Bruder, da muss ich mir keine Gedanken machen. Bis 16 Karat bin ich ready. Glaub mir. Okay, okay. Pass auf. Wir machen das so. 16 Karat Gold. Und dann hau ich dir deine Schwankkopffresse ein. Du lieber Mensch. Mal gucken, ob du dann weiterhin das so rumlöschest. After 16 Karat Gold. I will be new WXW Unified World Wrestling Champion. We'll be right back. Bis zum nächsten Mal. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017